Und probieren jetzt mal, noch den Greif zu töten, denn das fehlt. Da buchen wir leider wieder auf. Ja, können wir noch ein bisschen rein. Wir levelen dann bei dieser Drachenhöhle, voran hat es viele Wölfe und so, die haben relativ wenig Leben. So, I'll be the same. So, I'll be the same. Jetzt gehen wir nach Birka wahrscheinlich. Können wir die Leibeignen noch dort beim Leveln besiegen? Ich glaube, das sind wilde Leibeignen. Sonst, ja. Ähm. Gibt's leider nicht so viel zu tun. Könnten ein bisschen Abwechslung machen, aber... Ja, nicht heute Morgen dann wieder Reis. Also, ähm. Gehen wir ein bisschen Kriegen und Traveln. Also, halb der Mauer. Aber heute, wie ich hab schon mal Leveln. Weil eben der XP-Ponus da ist. Weil eben der XP-Ponus da ist. So, kleiner. Wie hab ich das? Was ist das? Ähm. Sorry für den Unterbruch, aber meine Schwester hat natürlich wieder genervt. Na ja. Ich hab jetzt kurz den Weg... Ah. Bisschen abgekürzt. Von hier bis hier. Und hier unten. Können wir dann ein bisschen Leveln. Bei den Wölfen und Bären und Leibeignen. Er hat sehr viele F-M-Swa. Ist auch nichts los. Ja, und jetzt muss ich es lecken. Okay. Verstehen. So, suchen wir kurz nach Gestein. Wir brauchen... äh... Magnanit. Ist Magnanit? Wir brauchen die Leib. Wir brauchen die Leib. Wir brauchen den Schatz. Wir brauchen den Schatz. Ich habe einen Helm. Habe ich den noch? Nein. Ich habe einen Ritterhem gefunden. Also einen Schatz. Ich habe einen Ritterhem. Ich habe einen Ritterhem. Ich habe einen Ritterhem. Ah, hier ist ein Gestein. Ja, Fels. Heute ist der Fels da. Ich habe nur Felsen gehabt. Oder die anderen, die ähm... Ambergesteine. Aber Magnet? Nö. Okay, fangen wir hier an. Nehmen wir den zuerst. Und der da hinten. Und Topaz. Wow. Sogar die richtige Farbe. Nein, die falsche Farbe. Topaz ist gelb. Ja, durch den Boden. Genau. Noch einen. Die sind ja ziemlich zahlreich. Und schnell tot. Ich denke eh, die haben mehr Leben als die Bären. Aber haben sie nicht. Die haben viel weniger. Das ist ein Ocker. Das sind fette, rülkige, dumme. Nein. Die sind der Phantazie gewesen. Tut mir das zu sein... Es übers und herauskommt und darauf geht es schnell herunter. Nein! Nein! Waah! Hallo, ich will nur angreifen. Kommt, er ploppt auf und greift mich sofort an. Was ist denn das? Ah, das ist so ein Idiot. So. Nee, hier greift mich jetzt ein. Ich will mich doch nur heilen. Muss das Game so umfassern. Heute Morgen habe ich einem Kampf zugeschaut zwischen zwei Syrten und drei Alsen. Und der Kampf ging so. Der Schütze von Alsen stammt den Beschwörer von Syrten. Und der Hexe, ähm, der Hexe von Alsen griff, äh, äh, griff den, was war das? Es war Bahn, glaube ich, mit Ranken an. Die steckten fest, konnten nichts machen. Den ganzen Kampf konnten die nichts machen. Okay, es war 1 zu 3 zu 2 überlegen. Aber so geht ein Kampf in Regnum. Einfach nur dauerstunden. Also pikt. Und der Barbar konnte ja nichts machen, weil er keine Reichweitenangriffe hat. Es war Ranken und damit er langsamer ist und so, aber er kam nie an. Und dann gab es noch, es gab es noch bei, ich glaube, Paladin gab es noch bei den Alsen. Jetzt müssen wir zu als gedruckten Höhen. Okay. Da füllen wir ja mal ein bisschen die Welle füllen. Wir sind da vorne. Da ist zum Beispiel einer. Das ist nämlich gelb. Nein, er hat mich erwischt. Er hat mich gebissen. Jetzt hab ich Tollwut. 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 Tollwut über das Spiel. Ja, ja. Da hab ich da so viel Angriff den Trefferwahrscheinlichkeit hier als Ziel. Und dann, weil er, äh, trifft ja nicht mal so ein langsamer Schuss, dass sich noch, äh, ziehsuchend ist und alles. Das hilft nicht. Das hilft nicht. Ach, verstehe. Es ist Rechnung. Es hat eigene Gesetze. Das hilft nicht. 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 الر Das hilft nicht. Meisterchen Vitane. Auf Willkommen bei Level 33 und ein bisschen Quests. So ist es irgendwie lang halt, als wird es leider so sein. Aber heute habe ich schon genug gelevelt, ich mag es einfach nicht. Allzu oft. Weil es einfach extrem wie eine Schlaftablette funktioniert. Weil ich schon viel zu wenig Schlaf habe. Das macht es meinen Augen nicht so gut. Es gibt extreme Kopfschmerzen. Vielleicht habe ich es gehört, meine Schwester ist irgendwie extrem dumm. Sieht sie einmal mehr schlafen, meint sie schon, ich schlafe den ganzen Tag. Ey, ich habe es genossen, ich habe einen Mittagsschlaf gemacht. Das kann man heute in dieser Politik nicht mehr machen. Das ist Luxus. Das ist Luxus. Dann war es ewig Mittagsschlaf. Aber heute, das ist eher peinlich oder so. Ich verstehe nicht warum. Das heißt ja nicht, ähm, Baby schlaf oder so. Das heißt einfach, ein kurzer Zwischenstopp, in dem man die Augen zuhält und ein bisschen döst. Tja. Janimmer und du bist angesichts der ganzen Tag. Also, bis zum Moment. Ich mach die Leere. So, es hilft, es heilt immer wieder heilt. Ich ver, dass es hier nicht mit dem Aufmerksamkeich kommt. Ich schlafe die Leere. Und hier haben wir jetzt mal zurück.